Die Morrigan ist wieder unter unserer Aufsicht. Unter unserem Kommando, besser gesagt. So, gucken, können wir aussehende Morrigan? Kann ich es aussehen? Schwarze Segel. Nice. Aber ich habe zu wenig Ding. Zu wenig Rohstoffe. Ich muss mal ein bisschen hier auf Kaper-Tour gehen. Ich habe ja fast überhaupt keine Rohstoffe. Vielleicht später. Ja, vielleicht später. Hopp. Also. Dann fahren wir. Der Käpt'n hat das Steuer. Der Käpt'n hat das Steuer. Wir fahren jetzt erstmal zum Nordatlantik und heben den Schatz. Und dann River Valley und greifen die Assassinen an. Wow. Was ist hier? Hai. Hai. Hier gibt es Hai. Weiße Hai. Können wir Hai jagen? Alle schätzen und scharf zum Wind ausrichten. Komm, komm, komm. Das schützt ihr! Wow, was ist das? Dreh, Segel, Hitten. Los geht's. Los, Leute. Jetzt Frischfleisch. Ja, dann jagen wir ein paar Haie. Los! Wo? Wo ist der? Ach, da. Zack! Ja, wir haben ihn! Ja, lass ihn zerren! Zack! Mist. Oh, oh, ich seh ihn nicht. Ah, noch einer! Der große Weiße will entkommen, ha? Jawoll! Ah, das war nix. Zack! Was? Scheiße. Alter! Der kann uns bestimmt am Stück verschlingen. Ey, ihr Bastard. Wo bist du? Da kommt er. Zack! Ja, wir haben ihn! Wuhuuu! Wuhuuu! Okay. Ein guter Fang, Captain. Danke. Stimmt, ich hab auf einmal wieder das Assassinen-Aussehen. Du hast recht. Aber eher das Captain-Aussehen. So, ähm, das ist wahrscheinlich, äh, nicht so gewollt gewesen. Wo sind wir? Wir sind hier, oder? Nordatlantik! Wir wollen jetzt 370. 370. 370. 370 ist hier. 370 und minus 482. Minus 482. Hierhin. Hierhin wollen wir. Hier ist der Schatz. Los geht's, ihr Landratten! Alle Segeln! 3.760 Meter ist unser Ziel entfernt. Singt ein Lied für mich! Komm da, ihr Bastard-Rosen. Komm da! It's time for us to roll and go! Alle aus dem Großberg, Segeltäckchen! Komm da, ihr Pings and Polis! Das sind unsere Leute. Komm da, ihr Blood-Red-Rosen! Komm da, nehmt, 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 nehmt! Wir sunken uns dort, äußerst vorsichtig verhalten! Alles klar! Bleibt gut, könnte wertvoll sein! Machen wir, nehmen wir mit, nehmen wir mit! Ach, ich nimm das doch mit! Seht mal ein anderes Lied. Tabak. Nicht schlecht. Fahren wir richtig? Ich weiß gar nicht, ob wir richtig fahren. Okay, wir müssen hier hoch. Alles klar. Was? Zocke hätte das Piratenleben damals sicher genossen. Ja. Aber nur als Käpt'n. Nur als Käpt'n. Nehmen wir mit. Was ist das? Stoff. Sehr gut. Damit können wir uns neue Flaggen, obwohl die roten Flaggen sehen auch schön aus. Das sieht ganz gut aus, aber das ist nicht unser Ziel. Feuer. Ja, wir müssen jetzt kämpfen hier. Hoi, hoi. Okay. mal gucken ob wir hier irgendwo ein boot das ist unser steile metall tabak schwere kugel das ist ein feindlicher außenposten ja jetzt nicht wir haben ein anderes ziel wir werden ein schatz heben was ist denn da los soll ich da mitmischen so dass soll nicht abhauen hier sehr schön holen wir unsere beutel schwere kugel los weiter singt Das ist der verdammte Was geht denn da ab? Alter, was geht denn da ab? Dann mischen wir doch mal mit hier! Vergiss das! Nein, tut sie nicht! Bamm! Das Schiff ist fertig! Los, wir entern es! Macht euch bereit, Männer! Wetzt die Säbel! Jetzt wird Blut fließen! Entert sie! Jawohl! Los, holt sie ran! Und rüber! Haha! Zack! Oh ja! Ja! Zack! Aber was war das? Na los, der Nächste! Gebt ihr auf! An eurer Stelle würde ich das auch! Sehr gut! Die Morrigan reparieren! Wir können sie jetzt zur Flotte senden! Oder Feindschiff ausschalten! Ausschlachten! Da kriegen wir ein bisschen hier 750 Geldeinheiten! Ja, okay! Pfund, glaube ich, sind das, ne? Ah, ich weiß es gar nicht! Schilling! Pfund! Ich weiß es nicht! Okay! Ja, ja! Mit dieser Beute tun wir sie schon noch aufrüsten! Müssen Pfund sein, ne? Ah, okay! Äh, keine Sorge! Hier entkommen uns so... Hier entkommen uns nicht! Oh, doch! Oh, Billy, buddy! Wacht euch bereit! Boah! Er senkt das Schiff endlich! Ja, das war ein Schwachpunkt! Los, Schwachpunkt! Schießt auf den Schwachpunkt! Ja, los! Entern wir sie! Zieht sie wieder ran! Los, zieht sie ran! Zwei Männer tot! Wo ist der Rest der Männer? Ich seh sie nicht! Drei Männer tot! Vier! Und da haben wir die fünf! Das war's! Das Boot ist unser! Sehr gut! Oh ja! Nicht schlecht! Jetzt können wir unser Schiff mal reparieren, oder? Aber das Schiff ist jetzt nicht so geil, dass man es zur Flotte schicken kann! Okay! Ich mach gleich! Gleich! Ich will noch den Schatz heben, und dann... Dann esse ich was! Segel, Riffen! Raus aus der Böe! Da ist noch der... der... mit weiteres! Das wollen wir uns auch gleich! Ladet die Kanonen! Sie wollen uns rammen! Boah! Uh! Das ist aber ein großes Schiff! Ah, das war nix! Ja! Wo sind meine Kanonen? Feuer! Na los, holt sie euch! Wir arbeiten dran! Los, Fahrt aufnehmen! Verdammt! Der Rauch! Ich seh nichts mehr! Feuer! Oh 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 oh! Sie wollen uns schon wieder ran! Wir haben uns getroffen! Festhalten! In die Wanne! Alle Wege effen! Los! Ja! Das war der Schwachpunkt! So will ich das sehen! Feuer! Das ist ein gutes Schiff! Das ist echt ein gutes Schiff! Wenn wir das geplündert haben, dann... Die Schwarzschweine! Ah! Wow! Das hat uns erwischt! Seh sie nicht! Ja! Da brechen die Masten! Sehr gut! Entern! Oder auch nicht! Kann man das nicht entern? Doch! Entern wir das Schiff! 10 Crew-Sprung-Glieder-Töne! Okay! Wo sind sie? 2 3 4 Das ist ein gutes Schiff! Das sollten wir auf jeden Fall behalten! Betz die Säbel! Los Männer! Macht sie fertig! Ich schieße jetzt mit der Maus schnell! Kann ich besser zielen! Ja! Das war's! Nice! 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 Dieses Schiff behalten wir! Das ist richtig gut! Da steht aber leider das Level vom Schiff nicht dran! Das finde ich schade! Egal! Neuer Käpt'n! Okay! So! Klar! Wir sind an unser Ziel angekommen! So! Anker werfen! Anker los! Okay! Unser Schiff sieht ganz schön mitgenommen aus! Aber wir kriegen das hin! Okay! Hier bin ich richtig, oder? Jetzt Ähm 370 Hier ist 370 Und 200 400 482 Also Um ganz genau zu sagen Hier Okay Da oben Hier muss der Schatz sein Was ist denn das für ein Zeichen? Achso Wo war der? Wo war der? Ich muss nochmal auf die Schatz kommen Ohohohoh Jakko Jakko Danke für dein Voller Willkommen Stealth Team Oh Wir können sogar was anfertigen Weil wir jetzt Den Hai gejagt haben Ich weiß nur nicht wo Ich glaube das hier Ne? Oh nein Wir können den Beutel anfertigen Wegen den Wölfen Nice Mehr Wurfpfeile Nice So das ist was ich erworben hab Und was ich noch machen kann Ne warte mal Verfügbar Hier Ne Das ist das was ich besitze Warum wird das nicht so angezeigt Was ich Weil ich kann doch was anfertigen Weil es blau ist Aber was? Das nicht Weil das was blau ist Kann ich anfertigen Oder? Warte Hai Fisch Ah ok Und dann brauche ich noch Schwarzbärfell Ah hier Hier Knochen Gut Kann ich wenigstens ein paar Wurfpfeile herstellen Kann ich nicht mehr herstellen? Kann ich nicht hier irgendwie Einstellen Zehn von Zehn Nein? Na gut Da muss ich so machen So einen Wurfpfeil hab ich auch noch nicht benutzt Muss ich auch mal benutzen Berserkerpfeile Kosten auch Knochen Ok So was können wir hier Verbesserung Monturen Entdeckermontur Nein Ich hab hier alle Monturen Scharfschütze Ketten Übergangsmontur Ne Wir nehmen natürlich die Aber die kann ich nicht anziehen Oder? Ne Steht nur erworben Aber Ok Hab ich jetzt wieder meine Montur Ne Jetzt hab ich wieder die Seebärenmontur An hier Egal Hier ist auch wieder der Höhlenmaler Wo ist die Truhe? Ok Irgendwo hier muss es sein Achso ja ich wollt ja Jetzt weiß ich was ich wollte Ich wollt ja die Schatzkarte angucken Datenbank Datenbank An hier muss Datenbank Schiffstypen Dokumente Orte Wahrzeichen Ne Inventar Jetzt Templerkarte Jawoll Die hier Ja Da sind ganz viele Bäume Und da ist Ok Also hier ist es Direkt daneben Irgendwo Genau Hier Irgendwo hier Kann ich graben Oder hier Komm schon Bin auf jeden Fall richtig Da ist es Ja Sehr gut Das Versteck Gefunden Ein weiteres Tempelartefakt Ok Ne ich muss jetzt noch Ich geh noch ganz kurz Hier Die Höhlenmalerei Mir angucken Oh Ok hier war die nicht Ist da oben Oder Was ist denn hier passiert Lauter Tote Da ist sie Ok Was das bringt Keine Ahnung Hier sind noch ein paar Kisten Aber als erstes Gehen wir uns Jetzt Diesen Aussichtspunkt Holen Nein Oh Gott Wie komm ich da hoch Vielleicht so Ja Das sieht doch ganz gut aus Sehr schön Ok 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 Vielen Dank.